Hey, wir schauen uns heute an, wie du Kali Linux in der Cloud installieren kannst. Das bringt enorm viele Vorteile mit sich, die wirst du im Laufe des Videos sehen und das Ganze läuft auf den Amazon Servern. Hier lernst du dann auch nochmal, wie man die Amazon Server aufsetzt, verwendet und das Beste daran ist, die Amazon Server sind sogar kostenlos. Also, mega viele Vorteile, Kali ist dann überall verwendbar. Du hast eine statische IP-Adresse, also eine feste. Was das bringt, lernen wir auch noch. Und dann wünsche ich dir jetzt mega viel Spaß, sei gespannt und let's go. Gut, der erste Schritt ist, wir brauchen einen Amazon Web Service Account und dafür gehen wir einfach aws.amazon.com ein, landen auf dieser Webseite, klicken hier bei der Konsole anmelden, also auf den orangenen Button klicken wir drauf. Dann klicken wir hier neues AWS Konto erstellen. Geben hier unsere Daten ein, machen diese ganzen Schritte und sind dann auch schon fertig. Ich mache die Schritte jetzt nicht, das schaffst du alleine, da bin ich mir sicher. Gut, wenn wir uns dann eingeloggt haben und wir eine Kreditkarte hinterlegt haben, dann sind wir jetzt hier. Es schaut bei dir so ähnlich aus. Wichtig ist nur die obere Leiste im Moment. Wir wählen hier Frankfurt aus, das ist der nächste Server an Deutschland oder der liegt sogar in Deutschland. Den wählen wir aus und dann tippen wir hier ein EC2. Hier klicken wir auf virtuelle Server in der Cloud, klicken hier auf Dashboard und klicken hier auf Instanz starten. Jetzt sind wir hier und wir klicken jetzt hier auf AWS Marketplace und suchen dann hier oben eine Kali Maschine, denn wir wollen ja Kali installieren. Tippen hier Kali Linux ein und yeah, hier ist es schon. Kali Linux kostenlos, zur kostenlos, wie versprochen. Gute Übersetzung, zur kostenlos. Gut, dann tippen wir hier einfach Auswählen an und jetzt müssen wir das Ganze konfigurieren. Hier macht dir keine Sorgen, weil hier jetzt ein Preis dort steht, das Ganze ist kostenlos. Du musst nur deine Kreditkarte hinterlegen. Gut, dann einfach auf Continue und jetzt sehen wir gleich hier die ganzen Server. Hier haben wir verschiedene Arbeitsspeicher, verschiedene CPUs, je nachdem wie stark dein Kali eben sein soll. Wir wählen die kostenlose Variante aus, die hier ist auch grün hinterlegt. Da musst du gar nichts zahlen, wenn du das hier verwendest und klicken dann hier auf Überprüfung, den blauen Knopf. Dann schauen wir uns das hier auch nochmal kurz an, was wir ausgewählt haben. Klicken dann auf Starten. Jetzt müssen wir hier ein Schlüssel auswählen und wir haben jetzt hier noch keinen, also ich habe hier zwei, aber du hast hier noch keinen und deswegen musst du hier oben auswählen, neue Schlüsselpaar erstellen. Ich nenne dieses ganze Schlüsselpaar jetzt Kali 2, weil ich schon ein Kali habe und du kannst es aber nur Kali nennen, musst halt dann die Befehle anpassen. Dann hier Schlüsselpaar herunterladen klicken und dieses Schlüsselpaar auf gar keinen Fall verlieren. Das wird dann in den Download Ordner gespeichert und ja, es nennt sich gerade Kali 2.pam. Das benennen wir auch gleich um und genau. Dann klicken wir jetzt hier auf Instanz starten und die Kali Maschine wird gestartet. Ist das nicht krass? Wir müssen jetzt hier ein bisschen warten. Das dauert seine Zeit. Du kannst dir einen Kaffee trinken und ja, für diesen hier gibt es natürlich auch extra hier Kali Linux. Der freut sich schon, der hat richtig Bock auf Kali Linux. Okay, und Instanz wurde gestartet. Jetzt schauen wir uns hier die Instanz an. Klicken hier einfach auf diesen Code hier oben. Gut, hier steht jetzt ausstehend. Und jetzt müssen wir halt warten, bis die Instanz gestartet ist. Dann läuft das jetzt. Jetzt läuft schon. Und jetzt müssen wir hier noch warten, bis hier zweimal überprüfen dort entsteht. Das dauert ein bisschen. Du kannst hier wieder einen Kaffee gönnen. Yay, die Maschine läuft. Wir sehen hier zwei von zwei Prüfungen bestanden. Und jetzt müssen wir uns nur noch draufschalten mit unserem Zertifikat. Genau, dafür klicken wir hier einmal. Machen wir den Haken. Dann sehen wir die IP-Adresse. Die kopieren wir uns schon mal. Und wir sehen, es läuft. Wir sehen hier auch nochmal die DNS. Und ja, das ist soweit getan. Jetzt geht's weiter. Okay, jetzt starten wir unser Terminal. Das habe ich schon gemacht. Wenn du nicht weißt, wie mein Terminal öffnet, dann google es einfach. Bei Linux und Windows und Mac sind die Befehle alle gleich. Zumindest die in diesem Video hier. Jetzt müssen wir in den Download-Ordner navigieren, wo unser Kali-PAM-Zertifikat liegt. Es heißt jetzt auch nicht mehr zwei. Ich habe es einfach in eins umbenannt, damit es genauso wie bei dir aussieht. Gut, dann müssen wir diesem Ganzen noch Ausführrechte geben, damit wir es verwenden können. Und dafür müssen wir erstmal in den Download-Ordner gehen. Das machen wir mit cd und dann eben Download. Gut, jetzt tippen wir ch-Mode ein. Wir clearen das nochmal. Dann ist es übersichtlicher. ch-Mode. Und jetzt die Berechtigung 400. Und jetzt den Namen der Datei. Ja, kali.pam. Jetzt einmal Enter und wenn es durchläuft, passt alles. Also wenn keine Meldung kommt. Jetzt clearen wir das Ganze wieder und starten unsere Verbindung mit Kali-Linux. Und yeah, let's go. SSH wird verwendet. Minus I für das Zertifikat. Kali-PAM haben wir es ja genannt oder heißt es ja. PAM und jetzt noch der Benutzername Kali. Das ist der Standardbenutzername. Dann ein Add. Und jetzt die IP-Adresse von unserem Server. Die steht hier. Du kannst hier einfach draufklicken. Dann wird die IP-Adresse kopiert. Ja. Jetzt wieder in unser Terminal gehen und einsetzen klicken. Dann einfach Enter und yes. Wir sind so gut wie drauf. Wir müssen nur noch jetzt hier einfach yes eintippen. Wege dem Fingerprint. Der muss bestätigt werden. Yes. Und wir sind drauf. Kali-Linux. Yeah. Kali-Linux ist am Start. Wir sind jetzt auf unserer Cloud in Amazon. Auf unserem Kali-Linux. Geil. Okay. Jetzt einmal hier clearen. Damit wir hier wieder einen schönen Überblick haben. Und jetzt können wir hier zum Beispiel ifconfig eintippen. Und sehen unsere IP-Adresse von dem Kali-Linux. Krank. Gut. Ja. Wir haben hier auch MSF-Konsole und so. Die ganzen Kali-Tools sind hier alle drauf. Jetzt müssen wir unser Kali-Linux noch updaten. Das machen wir mit sudo apt-get update. Und ja. Das läuft jetzt durch. Wir können uns einen Kaffee holen. Mal wieder. So. Das Ganze ist jetzt durchgelaufen. Und jetzt wollen wir natürlich noch eine grafische Oberfläche. Damit wir auch wirklich Kali sehen. Wie wir es gewohnt sind. Deswegen installieren wir jetzt eine GUI in Kali-Linux. Befehle dazu sind unter dem Video. Ich zeige dir jetzt gleich wie es funktioniert. Das Ganze nochmal clearen. Befehl unter dem Video kopieren. Einsetzen. Und losschießen. Bam. Jetzt einfach mit Y bestätigen. Und das Ganze wird installiert. Hier kommt jetzt kurz zu einer Meldung. Die müssen wir einfach mit Yes bestätigen. Also einfach linke Pfeiltaste. Und Enter. Dann läuft es weiter. Und wir sehen uns gleich. Das hat jetzt ganz schön lang gedauert. Aber wir haben es geschafft. Jetzt können wir das Ganze wieder clearen. Und den nächsten Befehl eintippen. Der nächste Befehl befindet sich auch wieder unter dem Video. Einfach kopieren. Einfügen. Einsetzen. Und abschießen. Mit Yes bestätigen. Und wieder warten. Jetzt kannst du hier die GUI des Systems auswählen. Ich mag LightDM. Einfach Pfeiltaste nach unten. Und Enter. Gut. Jetzt müssen wir nur noch unseren VNC Server starten. Das ist der Server. Damit wir uns dann draufschalten können auf Kali Linux. Und ja. Wir clearen das Ganze wieder. Und tippen den Befehl aus der Beschreibung ab. Teilt VNC Server minus Geometrie. Und dann die Auflösung des Bildschirms. Verwend einfach diese. Das funktioniert am besten. Jetzt einfach Enter. Und wir müssen jetzt hier ein Passwort festlegen. Und das kannst du dir selber aussuchen. Ja. Das war zu kurz. Ne war es nicht. Hat funktioniert. Jetzt nochmal das Passwort eintippen. Und das merken aufschreiben. Und hier klicken wir einfach No. Und das war's. Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben den VNC Server gestartet. Und jetzt können wir uns dann auf unser Kali draufschalten. Und sehen was hier wirklich abgeht. Yay. Jetzt schauen wir uns noch an, ob es wirklich läuft. Und das machen wir mit netstat minus tlnp. Und wir sehen hier, es ist der Port von VNC. Also es läuft. Hier tight VNC. Optimal. Jetzt können wir auf unserer Kali, äh auf unserer Windows oder Mac Maschine weitermachen. So. Jetzt sind wir wieder auf unserem Mac oder auf unserer Windows Maschine. Und wir müssen jetzt wieder uns über SSH mit der Kali Maschine verbinden. Dafür brauchen wir wieder unser Zertifikat. Das ist unter Downloads. Und genau da gehen wir rein mit CD. Clearen das Ganze wieder. Und tippen jetzt unseren SSH Tunnel Befehl ein. Den habe ich auch schon für dich vorbereitet. Und das einzige was du hier machen musst, ist diese IP Adresse hier anpassen. Du lässt die einfach raus und fügst deine ein. Diese finden wir hier. Haben wir ja schon gelernt. Und dann fügen wir die jetzt hier ein. Gut. Dann einfach Enter. Und let's go. Es ist jetzt nichts angezeigt, aber es hat funktioniert. Jetzt brauchen wir nur noch einen VNC Viewer, damit wir sehen können, was auf Kali Linux abgeht. Jetzt lädst du dir den VNC Viewer runter. Und die Seite ist realvnt.com. Wer hätte es gedacht. Wählst dir dein Betriebssystem aus. Windows, Mac OS, je nachdem. Klickst hier einfach auf Download. Installierst das Ganze. Das schaffst du selber. Da bin ich mir auch wieder sicher. Und dann starten wir das Ganze. Jetzt tippen wir hier Localhost ein. Doppelpunkt und den Port 5901. Tippen Enter. Klicken hier auf Fortsetzen. Locken uns mit unserem festgelegten Passwort ein. Und BAM. Wir sind drin. Wie geil ist das? Dieses Kali läuft in der Cloud auf Amazon Servern. Und wir haben hier komplettes Kali, das wir von überall aus erreichen können. Mit einer statischen IP. Also ich bin begeistert. Wenn du das auch willst. Einfach das Video nachmachen. Es ist so geil. Einfach über SSH Tunnel Link da drauf. Und zack. Du hast überall dein Kali dabei. Es bleibt gleich. Und es ist kostenlos. Es läuft Tag und Nacht. Du kannst hier jetzt irgendwelche Sicherheitslücken ausscannen lassen. Tag und Nacht. Musst keinen Strom dafür zahlen. Besser geht es nicht. Ja meine Freunde. Der Pinguin ist happy. Er hat mal wieder ein neues Kali Linux in der Cloud. Er freut sich. Ich hoffe du freust dich auch. Und wenn du jetzt mehr lernen willst. Schau auf learn-how.de vorbei. Hier lernst du alles über Offensive Security. Ethical Hacking. IT Sicherheit. Ein Markt der Zukunft. Sei auf jeden Fall gut aufgestellt. Und das Outro wurde von meinem Bro gemacht. Edited by Nick. Ist sein YouTube Channel. Motion Designer. Lasst ein bisschen Liebe da. Ein paar Kommentare. Vielleicht auch ein Abo. Gönnt euch auf jeden Fall. Peace.